Na, langweilig ist das schon. Hier soll ich eigentlich auch Wache schieben, aber hier ist überhaupt nicht los. Und das ist schon zwei Jahre lang hier in Prag nicht los. Das ist langweilig für mich, ehrlich. Ne, 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 ne. Wusstest du noch nicht, dass am 11.06. die Vereinsmeile hier stattfindet? Hier, eine Vereinsmeile? Oh, wissen Sie noch mehr Leute? Ja. Da präsentieren sich verschiedene Vereine aus ganz dem Polteswalde, hier im Clemens-Holzschuhpark. Hier, alle? Und den ganzen Tag, oder wann geht denn das los, Frie? Also ab um 10 Uhr präsentieren sich die Vereine. Ab 18 Uhr gibt es eine kleine Kinderdisco. Abends dann schon? Genau. Und ab 18.30 Uhr steigt dann in eine Party. Und dann, und, 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 und. Und macht ihr auch dort was? Irgendwie was hier? Weil ihr seid so schick angezogen hier alle. Natürlich. Wir sind auch die Tipps der Funken-Garte. Und wir tanzen zwei ganz tolle Tänze. Ach so. Und das war alles, was ihr macht? Oder macht ihr noch mehr? Na klar. Wir stehen natürlich den ganzen Tag noch im Schankwagen und versorgen alle saftigen Getränken. Im Schankwagen? Ihr seid doch Schank-Schwestern. Das ist schön. Schon früh? Ab um 10 Uhr? Herrlich. Trinken, trinken ist ein gutes Stichwort. Ich hab da zufällig. Oh, hast du schon entdeckt hinter meinem Rücken? Oh, eine kleine Flasche Sack. Na, die machen wir aber jetzt auf. Wo ist denn hier das Buschelchen? Das drehen wir auf, das Ding. Hm. Ja. Bin ich ganz aufgeregt. Guck mal hier hinter mich. Ich hab da zufällig auch. Kleine, wie heißt das? Sektgläser dabei? Du bist ja fest ins Vorbereich. Ja, eigentlich wollte ich mich alleine hier betrinken, weil ich glaube, der Korben kommt raus. Er klaut Bumms, weil er raus. So. Ihr Mieters, jetzt trinken wir. Oh, eu, 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 eu. Hm, für die Dame. Dankeschön. Für die andere Dame. Und dann schenkt ihr das auch so schön aus in eurem Schankwagen. Guck mal her. Habt ihr noch mehr Gläser? So. Oh, ich werf recht hier. Heute bin ich so schön Nachtmester hier im Park. Es war immer langweilig, die letzten. Nee, musst du zufassen. Oh, schön. So. Das ist ganz schön. Das strengt an so. Und das wollt ihr den ganzen Tag machen am 11.06. Von früh an bis abends. Und dann abends kommt der Disco. Und ihr tanzt auch noch. Und ausschenkt es. Ja, schön. Das habt ihr gut gemerkt. So. So. Noch ein Glas. Herrlich schön abzutun. Von links kommt auch noch eins. Noch eins. Also, Prost, ihr Lieben. Prost. Auf die Vereinsmeile. Wir fangen mal schon immer an. Oh, das muss ich nicht noch an. Oh, das muss ich nicht noch an. Gute Einstimmung. Und da sehen wir uns alle am 11.06. Hier im Park zur Vereinsmeile. Das ist schön. Ich muss noch mal nachschenken, Leute. Ihr habt doch genug. Ihr dürft gar nicht so viel trinken. Prost. Prost. Was ist denn los? Wir haben doch noch was vergessen. Übrigens. Kulinarische Spezialitäten mit Ronalds Feldküche. Kulinarische Küche. Huh? Ja. Oh Gott. Huh? Gut.